Es gibt zwei Dinge auf dieser Welt, die unumstößlich sind. Erstens, Radler ist keine Meinung, Radler ist ein Erbrechen. Und zweitens, die Menschenrechte haben immer und überall zu gelten. Uns von der Biobartei ist auffällig, dass es aber noch keine Menschenrechtsfahne gibt. Und aus diesem Grund haben wir einen Antrag gestellt, dass die Kinder und Jugendlichen von Simmering sich kreativ betätigen und eine Menschenrechtsfahne entwerfen. Und diese Fahne, die gibt es jetzt. Und die wird am 9.12. hier am Amtshaus in Simmering gehiesst. Und ich freue mich, wenn viele Bezirke auch auf ihren Amtshäusern die neue Menschenrechtsfahne hießen werden. Prost!